Ich unterstütze die Gruppe Wandel, weil ich der Meinung bin, dass man auf jeden Fall alle jungen, engagierten, gescheiten Leute, die eine andere Welt sich wünschen und dafür kämpfen, unterstützen muss und soll. Und Wandel hat ein gutes Programm. Sie berühren all die Schwachpunkte unserer derzeitigen Politik, so wie eine ungerechte Verteilung, dass immer ärmer werden ganzer Schichten, das geht jetzt schon bis zur Mittelschicht. Sie interessieren sich für die Klimaveränderung und stehen dafür ein und haben ein Programm, das das Recht auf eine bessere Zukunft für sie beinhaltet. Und das ist ihre Zukunft. Und dass sie dafür kämpfen, das freut mich ganz besonders und sich einsetzen, weil es so ja nicht weitergehen kann. Das wissen wir alle. Und diese jungen Leute haben den Elarm und die Möglichkeiten, unsere Politik in bessere und richtigere und für uns alle gesündere Wege zu leiten. Das ist mir ein Anliegen und deshalb unterstütze ich Wandel. Ich habe natürlich auch die Unterstützungserklärung unterschrieben und hoffe, dass viele, viele Menschen diesen jungen, engagierten Leuten eine Chance geben. Sie brauchen sie und wir brauchen die jungen Leute. Wer soll denn das Ganze übernehmen? Doch nicht die schon müden, verbrauchten Politiker, die wir bisher hatten. Also auf zu einer besseren Zukunft.